Harivake, Otsume Ikarashi, 60 cm, Sansai-Weiblich, sehr schöner Harivake, hat gelbe Augen, also oben, die Augendeckel sind gelb, das sieht sehr schön aus, rein weißer, langer, kräftiger Kopf, schöner gestreckter Körper, hat auch sehr gutes Gelb. Sehr schöner Fisch, super Qualität, Otsume Ikarashi züchtet die schon seit Jahren, zum Teil in einer bestechenden Qualität, also wer hier Interesse hat, auch der ist noch frei.